Die Leiter Hey, probier's doch mal da drüben. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Geh lang. Geh lang. Geh lang. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seines Willen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir passen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte. Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Ist irgendwas hier sauber? Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hilf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt tun? Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Ich habe dich. Helt da dich. Helt da dich. Helt da dich. Sie müssen wiederholen. Sie müssen wiederholen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Sie wollten in die Tone und wurden infiziert. Alle, die drinnen sind, jammern darüber. Und dann sind da die Arme fertig unbedingt oder nicht. Okay, das waren alle. Gehen wir zurück in die Stadt. Ah, frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn sie nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Sicher den Eingang. Geht wieder. Geht wieder. Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Hey, ich hole es. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon klappen. Okay. Geh doch. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Zu Befehl, Boss. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Okay. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Okay. 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 Maxu. Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich hab die Karte da. Nicht jetzt. Verstanden? Okay. Sag mal. Ich bin doch nicht gleich so rum, bis ich bin. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Vereilung. Wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wacke es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na, super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Tut mir leid. Wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Ja, sag doch zu. Hau gas dich.